Servus Leute, ich will euch dieses schöne Hotel mal etwas zeigen, denn es ist wirklich ein super Hotel. Preis-Leistung stimmt für mich total. Es ist einfach ein schönes, sauberes Hotel. Ein schöner Spruch, wenn ihr das lesen wollt auf Pause drücken. Ja und hier wirkt alles ziemlich neu. Was einfach immer super ist, dass alles schön clean ist. Hier wird regelmäßig gereinigt. Ja und 350 Bad pro Nacht zahlen wir. Für solche schöne Zimmer. Und dass alles neu wirkt, ist der Preis einfach klasse. Ja, das ist unser Zimmer. Vorhin wurde das Zimmer gereinigt. Das Bett neu gemacht. Alles da, was man braucht. Schöner Schrank. Hier die Klimaanlage. Ja, der WC und Duschraum zeige ich euch gleich. So. Ja, der ist recht geräumig. Die Dusche ist klasse. Das heißt, ja, hier rinnt. Da ist ein schöner Duschstrahl. Der ist kräftig und der kleine Boiler funktioniert auch super. Das Wasser wird richtig heiß. Das kann man hier ganz einfach einstellen. In manchen Hotels oder Bungalows ist der Wasserstrahl einfach sehr leicht. Aber wie gesagt, hier wird alles ziemlich neu. Auch die Dusche funktioniert super. Alles, was man braucht. Schöne Moskito-Netztür. Ja, wie gesagt, alles wirkt wirklich neu. Es läuft alles super. Schließt sehr sauber ab. Ja, hier die Wäsche. Was die neu aufgehängt hat zum Trocknen. Ja, ist auch ein angenehmer Balkon. Und auch sehr hoch. Wie bei uns in Österreich oder in Deutschland. Das ist nicht so niedrig. Hier fällt man nicht leicht vom Balkon runter. Ja, hier so Bananenbäume. Das ist ein angenehmer Ausblick. Auf keine Straße eben. Auf etwas Natur. Ja, okay. Das soll es schon gewesen sein. Bei diesem Video. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Die Visitenkarte vom Modell habt ihr gesehen. Das ist wirklich eine gute Empfehlung von mir. Das ist ein Wätschapun. Ja, das ist sowieso mal zum Empfehlen hierher zu reisen. Ja, drei Gehminuten vom Hotel entfernt hat man alles, was man braucht. Ein schöner Markt. Ein 7-Eleven-Shop. Alles super günstig. Und eben dieses schöne Hotel. Ja, es ist einfach herrlich hier. Okay. Ich sage euch danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.